Joa, was machen wir? Drehen wir hier nach rechts und schießen so ein bisschen nach C? Durch C durch? Weiß ich nicht. Ne, ne, ich sagte nach rechts und nach C schießen. Ja genau, genau. Und dass wir dann halt nach A, B fahren können, weil A, B ist einfach viel so offener. Abhängig letztendlich, ich mein, meinetwegen können wir auch durch C durchfahren später, aber da muss halt der Gegner entsprechend sich positionieren. Ja, wir haben eh keinen Spot hier, also das lohnt sich nicht. Ah ja, A, B. Ich bin schon located. Das heißt, wir haben einen DD auf C. Oder irgendein Schiff mit Radiolocation. Ja, wahrscheinlich ist es eine Idee. Jetzt bin ich gespottet. Dann spottet zurück. Ich bin noch nicht gespottet, ich bin nur 1,24 km. Kurfürst schießt schon auf mich. Hat irgendwas anderes aber auch geschossen. Ja. Gleich. Ich hab ganz knapp, ganz kurz geschossen. Ich auch. Was für eine Steuerung. Ich hab das weiter vorgehalten. Ich hab das weiter vorgehalten. Das verschleunigt, ja. Das ist ein Hecklastig. Aber wir haben alle ein. Ich hab ne Ceter geschossen. Ich auch. 16.000. Ja. Was hat denn der Snopesat hier gemacht? Ja eben, ne? Ich hab daneben geschossen. Das ist eine gute Breitseite. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich hab immer schnell gebremt. Das ist in der Kreativeite. Bei die Wunen. Also die Wunen zu. Smoke? Da kommt die Kohlewäsche. Das ist doch herrlich. Ah, kacke. Jetzt hab ich zu weit vorgehalten. Was für ein Granatener. Alter, ja. Ich hab leider viel zu weit vorgehalten. 14.000. 11.000. 11.000. Und eine Moskau auf 13 Kilometer. Oh, die kommen alle hierher. Ich würd sagen. Nein, Minotaur steht in diesem Nebel. Minotaur, okay. Wir können aber ne gute, haben ne gute Verteidigungsmittel. Ich glaub, ich schieß da mal blind rein. Ich glaub, ich schieß da mal blind rein. Hm, ich glaub's. Kargero? Nee, für den Blauncher. Nee, Kargero vor uns. Da sind's. Garg. Ja, da sind's. Alter, die Minotaur und Drehungen sind. 9.000 und ein zerstörter Turm. Soll ich halt auch mal reinschießen, alle? Wo steht's denn? das aufhören zu schießen ich bin zu weit versuch hier wieder weg zu kommen in in ja und Ah, wen haben wir denn da? Ah, fang. Oh, nee, jetzt ist hier ein so dämliches Wrack. LoL, na, Trippel zieht er, also, ich weiß nicht, meine Tor ist einfach zu zieht, würde ich sagen. Die hat mal 45.000. Jo, Taos, wieder offen bei C. Ja, ja, die hat gerade drei Cedars gefressen von mir, nice. Also, ich würde sagen, wir haben bewiesen, meine Tor ist einfach zu zieht, ey, und die Mosfee steht dann auf meiner Seite. Und die, oh, ein C-Breitseite hier oben, nach vorne. Oh, ich stehe gerade vor, ich wohne. Oh, herrlich. Ja, nochmal Trippel, halt. Ich mach Taos. Das komme ich. Oh, toll, die ist schon fast tot. Ja, aber... Oh, du kriegst trotzdem nicht abhut. Ich denke, dass ich nicht hier bin. Ja, ich kriege sie raus. Shima ist wieder. Shima, oh, ja. Auf 11.000 Meter. Ich bin so zu gedammt. Oh, Yamato. Schlecht geschossen, Manka. Und die, die Moskwa. Oh, die Färten drehen ganz schön mal, seitdem. Äh, ein... Ein Overpen hab ich gemacht. Steht hier, der fährt die noch. Die fährt, die fährt, die fährt. Fährt relativ langsam. Boah, warte, ich schieße gleich nochmal auf die Gemeinde. Ich stehe da. Ja, ich glaube, sie bewegt sich, oder? Nee, ein Schlafen. Ich hab mal ein bisschen gespreadet, mal schauen. Ja, ich nicht. Ja, ein Overpen. Asche. Moskwa steht da noch irgendwo im Smoke. Ja, du wirst nur gucken, der sollte sich dem... Ja, sonst schießen wir einfach nochmal rein. Ich auch nicht, gerade kein kleines Ziel. Ich bin auch erst mal zufrieden. Ich bin auch offen. Also, kommen wir noch. Irgendwas hat der D mal gecappt. Tops. Und meine NC auch. Wie lange haben die hier noch? Ich kann die Moskwa nicht treffen. Äh, warum nicht? Da ist die Moskwa. Fährt rückwärts. Willst du das weiterhin machen? Ist für mich unter dem Hügel. Hört zu raus. 10.000 nur. Eventuell die Kurfürst, die kommt hier vorbeigeschlichen. Oh ja, nice. Ja, das hat gebremst, aber ich sollte sie noch kriegen. Die wollen bei CEDA immer noch durch, glaube ich. Ich warte darauf, dass die endlich mal lospushen. Neu positionieren. Oh, die Moskwa fährt wieder vorwärts. Naja, minimal. Ja, die wird gleich entscheiden müssen, was sie gleich macht, weil die Tirpitz ist gleich um die Ecke. Unsere Moskwa. Und ich auch. Und da kommt Tops. Oh ja, Diamato ist breit. Keine Ahnung, ich wirst gleich sehen. Zumindest, ah, der Schali dreht ganz schnell. Aber so schnell ist die doch nicht, wenn ihr aber auch mega flach aussieht. 4.000, ah, super. Schade. Yamato pusht jetzt hier bei C durch. Ja, ich hab's hier gesehen. Oh, die steht breit, Seite nice. Kick, hol mir die D-9 jetzt. Boah, nur 5.800. Boah, schade, keine Zitter. Hey, moin, gedeletet. Ja, ist, ach, schade. Ich guck mal, ob wir die Moskwa vielleicht rauskriegen haben. Ich hab's doch geschossen. Und ich drehe doch noch so schön ein. Boah, 4.000. Ich setz mal nach, mal sehen, vielleicht erwisch ich sie. Boah, fang nicht so schnell, ja, meine. Ja, 2007 und auf der ist auch die Superstructure. Läu, glaub ich, glaub ich. Schale. Oh, die Kurve ist, kommt der jetzt noch von Breitseite? Oh nice, die kommt richtig schön breit. Ey, die Moskwa hat so Glück. Alter, nice. 7 Pens. Werden so zusammengeschossen, ja. Hm, hm. Ich mag ihn. Oh, meine, ja, mein Gott. Ja, wenn ich fast mal hagenlein darf. Das ist immer ein bisschen mehr breitseitig, der Mato. Doch einfach auf die Superstructure. Wie hat Cita schießt? Nicht mal so. Ja, das waren 1.000 Schaden, der Mato. Ja, gut, ich schätze, ich zeige euch jetzt über 10. Jetzt wechsel ich heute mit der nächsten Seite, wo wieder nur Abpraller sind oder so. Das ist gar nicht so. Alter. 48.000 hat er mit einem Schuss gemacht. Wohin? Ja. Ja. Hattest du Breitseite? Nein. Ja, Obermatch halt, ne? Ich bin eine Yamato. Für mich Geld kann ich hier gehen. Das waren wie, drei Citadel von vorne oder wie? Ja. Stand, was weiß ich, 25 Grad zu dem oder so. Krass. Das war ein tolles Gefischt. Das war halt echt so ein dumm Kopfschiff von wegen... Das ist doch egal, ob es Breitseite oder Frontal steht. Ich zieh da dich trotzdem. So in der Art. Loser joined your channel. Das war's.